Das abschließende Beispiel zur Eulerknickung und damit auch das abschließende Beispiel zur Festigkeitslehre ist eine Kombination aus Träger und Stab. Ein Breitflanschprofil, das mittels gleichförmiger Streckenlast Q0 belastet wird, ist durch eine Stütze am Punkt C abgestützt. Zu berechnen ist nun für den Fall, dass die Stütze ein Stahlstab des Durchmessers D ist, welche Last Q0 maximal am Breitflanschprofil wirken darf, damit die Stütze nicht knickt. Grundsätzlich muss man in dem Beispiel natürlich zuerst einmal frei machen entsprechend, weil wenn man wissen will, wie der Stab da sich auf Knicken verhält, was die kritische Last ist, muss man natürlich wissen, was da die Normalkraft ist drauf. Und die Normalkraft findet man nur raus, indem man da das Lager wegschneiden und in C freimachen, den Stab und das halt entsprechend der Statik berechnen. Deswegen ist das das Erste. Ein Freikörperbild. entsprechend mit der angedeuteten Streckenlast und FAY, FAX, Koordinatensystem. Dann hat man da den Stab, den wir frei machen kann. Das nenne ich gleich F-kritisch da, weil das ist unsere Last, die wir bestimmen möchten. Wir wollen ja wissen, was ist überhaupt an Streckenlast Q0 möglich, damit der Stab die Stabilität beibehält. Und da haben wir entsprechend die Resultierende von Q0, die zufällig an der gleichen Position ist, nämlich 2Q0L, weil wir 2L lang sind mit dem Profil, das da oben liegt. Also eigentlich reicht es aus, eine Momentenbilanz zu bilden, um den Punkt A, das da herüben, weil wir wollen die Lagerreaktionen ja gar nicht wissen, sondern es reicht uns, das F-kritisch auszudrücken als Funktion von Q0, beziehungsweise umgekehrt Q0 als Funktion von F-kritisch. Das ist also 2Q0L mal L, Normalabstand hier L, minus das F-kritisch mal L, dreht in die andere Richtung, hält genau dagegen, ist 0, damit ist unser Q0 F-kritisch durch 2 mal L, das eine L kürzt sie ja weg. Das ist einmal der Zusammenhang, aus dem man dann das Q0 bestimmen kann. Und jetzt geht es mit der Knickung los. Dann schreiben wir vielleicht zuerst einmal den eigentlichen Zusammenhang der Euler-Knickung hin. Das ist genau das Ergebnis der gerade diskutierten Eigenwertanalyse, dass nämlich die kritische Knicklast Pi² E-Modul minimales Flächenträgheitsmoment durch die kritische Knicklänge zum Quadrat ist. Die kritische Knicklänge diskutieren wir dann noch anhand der Fälle da, was das in dem Fall ist. Und das minimale Flächenträgheitsmoment ist da auch keine große Hexerei, weil das ist ein Stab, ein Rundstab mit Durchmesser T, das ist in alle Richtungen gleich, das Flächenträgheitsmoment. Deswegen Flächenträgheitsmoment einmal ausgerechnet für den Rundstab. Das ist T der vierten Pi 64, wie wir wissen. Wenn der einen Durchmesser von 50 Millimeter hat, so wie bei mir, dann sind das 3,07 mal 10 hoch 5 Millimeter der vierten. Und die kritische Knicklänge, also oben und unten Gelenke gelagert, also kritische Knicklänge ist h. Dann ist unsere kritische Knicklast laut Euler Pi² E-T der vierten Pi 64 durch kritische Knicklänge zum Quadrat ist h². Das liefert eine kritische Last von 3,785 mal 10 hoch 4 Newton. Und mit dieser Gleichung da, Gleichung 1, kann man das Q0 kritisch sozusagen ausrechnen, das dann 9,46 Kilonewton pro Meter sein darf. So, und jetzt ist aber die Frage, gilt das überhaupt? Darf ich das überhaupt rechnen? So? Wissen wir das? Wissen wir das nicht? Hoffen wir es? Der wichtige Punkt ist, Euler bezieht sich auf die linearelastische Verformung. Das heißt, man muss sicherstellen, dass man im hoogischen Bereich bleibt. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, wie Sie gesagt haben, Sie rechnen die Spannung aus, die kritische Spannung, die durch diese kritische Last entsteht, die Normalspannung, und vergleichen es dann mit der Fließspannung des Materials. Das ist sozusagen die Probe. Das können wir mal machen. Vielleicht schreiben wir das auch so her. Sigma kritisch ist F-kritisch durch die Fläche dieses Stabes da. Also F-kritisch durch D-Quadrat Pi Viertel nehmen wir gleich rauf. Wenn man das ausrechnet, kommt man da auf 19,3 Megapaskal in meinem Fall. Und das ist offensichtlich kleiner als die Fließspannung, die da gegeben ist, weil die ist mit 250 Megapaskal gegeben bei mir. Okay, das kann man machen. Eine Sache liefert auf jeden Fall die Erkenntnis, dass das im elastischen Bereich ist. Was man aber auch machen kann, ist, dass man den Vergleich macht der Schlankheitsgrade. Es gibt den Schlankheitsgrad und es gibt den Grenzschlankheitsgrad. Der Schlankheitsgrad ist sozusagen eine reine geometrische Größe, so wie beim Menschen auch. Das Verhältnis von hoch zu dick, das ist der Schlankheitsgrad. Und das ist beim Stab genauso. Der Stab muss dünn genug sein, dass er sich nicht plastisch verformt auf Normalbelastung. Und der Grenzschlankheitsgrad ist dann einfach ein Materialwert. Das wäre die Möglichkeit, die man vorher rechnen kann. Weil der Nachteil dieser Probe ist, da muss man zuerst alles ausrechnen. Und bei der Probe kann man dann drauf kommen, das stimmt eigentlich gar nicht. Das kann man gar nicht rechnen, was man da gemacht hat. Der Schlankheitsgrad Lambda hängt von der kritischen Knicklänge ab, ist die kritische Knicklänge mal Wurzelfläche des Querschnitts, den sie haben, durchs minimale Flächenträgheitsmoment. Seine einheitenlose Größe kommt in dem Fall 640 raus. Das ist einfach irgendeine Kennzahl. Und der Grenzschlankheitsgrad ist ebenso eine Kennzahl, die angibt, wann das Material beginnt, den Huck'schen Bereich zu verlassen. Das Pi mal E-Modul durch Sigma P, schreibt man normalerweise, oder Sigma F oder was auch immer relevant ist in dem Fall. Und das sind hier 88,9 bzw. 89. So, und nachdem der Schlankheitsgrad größer ist als der Grenzschlankheitsgrad, ist das okay, weil das sicher im elastischen Bereich bleibt. Je größer der Wert, desto schlanker der Stab. Das ist die Aussage des Schlankheitsgrades. Das ist die Aussage des Schlankheitsbolts. Vielen Dank.